Willst du gerne da mit Erik auf der linken Seite die Startformation bilden und in Zukunft verordnen? Ja, ich glaube, ob wir spielen oder nicht, das entscheidet der Trainer. Wir geben Gas im Training. Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr ehrgeizig, wollen uns jeden Tag verbessern und weiterentwickeln. Wir haben auch bei der Nationalmannschaft im Training oft zusammen auf einer Seite gespielt. Von daher kennen wir uns sehr, sehr gut. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen.